Joa. Fingere Weise gegen den Typen. Eigentlich nicht zu nah an die Wachnern. Als ob sie mich nicht doch erkennen. So, in Ordnung würde ich sagen. Gehen wir noch mal zu mir und legen die Muster wieder ab. Hallo. So, ich werde nämlich die erste ausziehen, musst du das nicht? Joa, ich tue es einfach schon mal. Oh Mann. So. Reitschwert. Hier vielleicht gehe ich auch noch mal zum Händler. So. 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 Die Läuterung der Nauten wird beginnen, sobald diejenigen, die in unseren Gefängnissen und Schmachten gestanden haben. Dann haben wir genügend Beweise, um die Mutter Kardinälin davon zu überzeugen und handeln zu lassen. Es ist höchste Zeit, dass wir diese Ketzer beseitigen, denen es erlaubt ist, sich frei in unseren Städten zu bewegen. Bleibt es dann unauffällig. Wir wären in einer heiklen Situation, wenn unser Plan zu früh bekannt wird. Wir müssen mit dem Mutter Kardinälin erneut. Nur sie kann ein Ende zu dieser Wahnsinn. Äh, wo hier? Verbrauchteil 50% vom Zorn.... Ich glaube nicht, das ist nicht so effektiv... ...äuchte er natürlich als methagen. richtig gut ist weil ich nicht warum ich das kann wenn ich das tun bis an nun steht hier hier ist es hier aber bleibt haben übrigens mit dem abdekommen und das kaste discover is major in our bestiege wort ist es überhaupt nicht mehr schieß bei der breitigen ich sie erinnert Bishop Domitius has brought to my ears his Order's accusations concerning the Norts. According to him, they practice a religion close to those of the natives and use a nature-drawn magic. They would also be implicated, therefore, in the appearance of the Malachor. That is an extremely serious accusation. Effectively, considering the accusation is founded on no proof other than the Norts' tradition of secrecy. But these suspicions have pushed the Order to extreme actions, risking the fragile peace of the island. The Ordo-Luminis captured several Norts, locked them in jails rented to them by the Coin Guard. They were tortured with the singular goal of forcing them to admit heresy. They obtained nothing. If I had not intervened, these men would be dead. Is this true, Domitius? Some of our brothers undoubtedly misinterpreted the evil. I would have never allowed such a plan. These Norts are now united with their Captain, and I am certain they would be most eager to bear testimony. Following up on the accusations of Bishop Domitius, I wanted to verify for myself what this was all about. I went to take a look at their storerooms and saw what they contained. And are you going to tell them? You know how vital this information is to us. Your secrets have already nearly cost the lives of your own men. It's time they were revealed. There were neither idols nor objects of any ritual nor even anything magical. And absolutely nothing that could be attributed to the origin of the Malachor. I found nothing but measuring instruments and diverse navigational machines. I caught wind of a ridiculous scheme planned for the port by the Ordo Luminis, and I wanted to clear it up. I was able to get my hand on documents that effectively detailed an attack. A great purification. They were signed by you, Father, and included a contract where you enlisted the assistance of the Coin Guard to attack every Nort building and make prisoner of every one of their men that could be taken alive. Domitius, how could you? Whatever did you want to accomplish? The Norts are not believers. We should not be dependent on heretics. Have you gone completely mad, Domitius? We are on an island. How could we not be dependent on the Norts? I want them arrested. Him and every member of his order. I will decide at a later time their fate. I thank you for bringing this business to my attention. Going after the Norts. What madness. Without you, this city would now be drowning in chaos. Carry my best wishes to your cousin. His desire to maintain the peace on the island honors his house's reputation. I will tell him, your Eminence. Until we meet again. The Reimruf. Mm-hmm. What is with my... Norten wieder verdächtig. Oh-oh. Riecht wir dem Admiral von der Lage. Vielleicht finden wir noch ein Schwert unterwegs. Thanks. Uh... 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 Um... 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 So... so wir schon da war kommen zu der bester holi eid zum schock sammert heilig 11 nur ein Dolch hier so krass 120 kann ich da drauf tun oder nicht 12 Euro nur 5 Betäubung wenig Untermesser Beweglichkeit Drei Guck mal ja da war schon was drin Guck mal an die mir ins Landkreis und aus uns zu verkaufen das vielleicht ein bisschen stärker ist nicht nicht sondern das das gleich hat er Stärke 3 ja die Dolche sind das Beste ne Ach guck mal Stahl durch wirklich und das macht mir alles nicht so glücklich Das macht mir alles nicht so glücklich. Das macht es oft aus. Deshalb werde ich Ihnen noch ein anderes zeigen. Wir haben diese Lande über zwei Jahre vorgelegt. Ein paar Jahre später haben wir die Erkrankung für Ihre Nationen von Merchants. Dann haben wir unsere größten Alliös. Wir haben ein paar Lorden, Männer und Merchandise gebracht. Sie begannen zu colonisieren die Lande. Die Lorden haben sich gezeigt, um eine tyrannische Natur zu haben. Und sie begannen zu explodieren die Lande mit einer schrecklichen Passion. Seine Aktionen provozierten eine Revolte der Natives, aber auch die sehr Arbeitskräfte und Kräfte, die sie mit ihnen gebracht haben. Die Magie der Natives von Tierfredi wurde erwohnt. Die Beasts kamen aus den Wald und die neue Stadt verlorgen. Nur ein paar Lorden und Soldaten konnten sie zurück in unsere Lande zurückkommen. Die Verkaufnahmen waren enorm. Die Verkaufung. Die Verkaufung. Ihre Prinzen haben uns gut geholfen, um ihren Geheimnis zu halten. Sie haben weiterentwickelt gemacht. Sie sind in Wahrheit ein Produkt eines von ihnen. Was hast du gesagt? Sie haben keine Angst. Sie sind die Kindheit einer Nativen. Sie wurden auf einem unserer Lande geboren. Die Kindheit einer Islander. Aber ich weiß, wer meine Mutter ist und... Ich verstehe, wie schwierig das ist zu hören. Und ich weiß nicht, warum deine Familie das von dir hat. Sie haben es eine ganze Zeit gemacht. In der Endeffektions, wir besuchen die geschehen Wellen zu anderen Ländern. Die Gemeinde, wunschwunschte ihre Angst, sie nicht zu halten. Und hier bist du wieder. Ich bin, dass du dich verletzt hast. Du bist für den Schocken, die ich dir gemacht habe. Du hast mich der Wahrheit. Und jetzt hast du es. Ich muss jetzt gehen, bis wir wieder treffen, Admiral. Ich kann nicht glauben, dass für all diese Zeit ich bin fed Lies. Oh, wir sind hier richtig. Alles, was du brauchst, um zu sein, das ist ein sehr cooles Wasser. Willkommen, es ist so ein Freude, dich wieder zu sehen. Hast du nichts von dir gesehen? Was könnte ich dir helfen? Coopin! Das ist ein stilles Papier. Gerade Säbel, guck mal. Auch 33 Prozent. Und da Schuss, Verteidigung, allgemein IPA schon. Danke für deine Besitzung. See you soon. 800, schon krass. Ah, wie, pfff, weiß nicht, erstmal. So, ab zu Konstantin, wir rennen je neun und her, um den Leuten alles zu erzählen. Was wie Instant Messenger, das wäre es. Das wäre es. Das wäre es. Das wäre es. Du kannst nicht mehr Zeit nehmen. Ich bin mit Jitters, wie ein Kamm auf einem Mittagessen. Was ist das, was du mit dem Antifizierungst? Ich habe deine Worte, duhst du? Ich habe einen dieser Kräuer gesucht. Er hat mich überprüft, um einen Zeitpunkt zu beobachten. Ich habe nur ein Kamm zu schärfen, aber ich habe das geplant. Ich habe das geplant. Ich liebe diese kleine Knie. Und dann, unser vereberter Doktor, was ist das Verzicht? Was? Der Blut ist fach? Konstantin, ist das dein Blut? Konstantin, schaffe mich! Konstantin! Bleib mit dir! Konstantin! Es gibt eine Chance, dass er in Ordnung ist. Es ist etwas anderes. Ich werde sterben. Nein, nein, Konstantin. Ich werde sterben, wie deine Mutter und die anderen auf dem Kontinent. Ich werde sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht so schnell. Es ist so gut. Kanzin, ich will nicht... Kanzin, ich bin hier. Ich werde dich zusammenziehen. Aus. Everyone aus. Es ist eine Ordnung. Vielen Dank, Kanzin. Da, jetzt. Bist du besser? Ich weiß nicht. Du wirst mich nicht verlassen, wirst du? Ich werde eine Verkaufung finden. Ich versuche dir. Du hast nicht das gleiche Sache gesagt, deine Mutter? Du wirst du sterben, bevor du einen finden kannst. Nicht so sagen. Ich werde das geliefert werden. Ich habe bereits ein paar Promising-Trägeln zu erforschen. Ich weiß nicht, Kanzin. Die Tidings sind so sehr schrecklich. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Ich wundere mich die Gründe, die du besuchst war, um mich in meine Tragedie zu beschweren. Sag mir, was du hierherst? Es kann warten. Es ist nichts, was später nicht zu tun wird. Aber bitte, bitte. Whatever es ist, wird mein Geheimnis weitergehen. Ich konnte die ganze Geschichte aus dem Admiral aus, um ein Service zu bekommen. Wie unsere Investition war uns zu vorstellen, die Kongregation hat einmal versucht, zu colonisieren die Island. Die Norts haben es schon zwei Jahre hergestellt, und wir haben unsere Leute hier ein paar Jahre später gebracht. Aber die Entfernung, um die Island zu colonisieren, hat es komplett verloren. Es gab viele, viele Blödy-Battles. Ein paar colonisieren. Die Prinzen lieben die Geheimnis, und die Norts bezahlen, um das Geheimnis zu halten. Dass sie den Fiasco von der Welt entfernt haben, aber dass mein Vater nichts zu mir gesagt hat. Das ist nicht die größte Sache der Geschichte, glaube ich. Was bedeutet das? Die Kongregation hat sich weiterentwickelt, mit der Hilfe der Norts zu helfen. According zu dem Admiral, meine Mutter kam aus der Island und wurde zurückgebracht. Ich bin in einem ihrer Land. Was? Aber... das bedeutet, dass du nicht... dein lieber Freund? Nein. Nein. All die lieben, die wir verabschieden haben, seit unserer kleinen Kindheit. Die Bibel, die gesagt, dass ich das blöde, wie mein Vater verletzt, verletzt während einer Expedition. Gott. Was? Ich... Ich weiß nicht was zu denken, Konstantin. Warum haben sie das gemacht? Ich weiß nicht. Das ist eine von ihrer schweig und schweig orchestrationen. Eine vile intrigante. Wenn es etwas zufrieden ist, egal ob die wirkliche Geschichte, du bist immer mein lieben Freund. Du bist immer die einzige, die mir interessiert. Du bist meine einzige Freundin. Das ist alles, was mir interessiert. Das ist alles, was mir interessiert. Bleib diese Erkenntnis zwischen uns. Keine Person muss wissen. Ich weiß nicht. Meine Freundin hat dich, nachher. Bring in die anderen. Lass uns sprechen von verschiedenen Wissen. Das ist genug Schmerzen für einen Tag. Kurt! Was ist... Entfernt, Soldaten! Entfernt uns. Wir haben viel zu sagen. Was ist passiert? Ich verstehe diese Art, Kurt. Muss ich euch erzählen, dass diese Männer alle antworten zu mir? Die Zeiten verändern. Herr Herr, oder eher sie versuchen zu machen. Ist das eine Gefahr? Was hast du versucht, zu erreichen? Nicht sagen... Silence! Wir haben wenig Zeit, und nichts zu verlieren. Kurt! Was bist du? Der Kommandant der Koin-Garten ist hier in Neu-Serien in diesem Moment. Er ist vorbereitet ein coup d'etat. In den drei Städten des Islands, unsere Männer werden eliminieren die Gouverneure und ihre Entourage. Das ist verrückt! Wie? 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 Ich habe dich beide lange kennengelernt. Sehr lange. Ich habe dich gewusst. Ich habe dich gewusst. Ich habe dich gewusst. Und ich habe nie auf einen Kontrakt. Diese Orte gehen gegen alles, was ich bin. Ein Schmerziger. Definitiv. Aber kein Trailer. Und jetzt bist du verabschied. Du musst machen. Entschuldigung. Danke, Kurt. Ich werde das nicht vergessen. Konstantin, wir müssen dich auf der Sicherheit, und deine Kanzler. Aber ich möchte, was? Du kannst nicht aufstehen. Nein. Wir müssen dich in die Kälte. Wenn ich komplett verstehe, was du gesagt hast, Kurt, was? Aber die Gouverneuren unserer Stadt sind auch in 危险. Ja. Wenn du dich aufstehen, wirst du sie aufstehen. Sie müssen sie aufstehen. Das stimmt. Wir können sie nicht aufstehen, diese Traitern. Ich will finden die Möglichkeit zu senden. Sie wissen, woher zu finden Ihre Konspiratoren? Es scheint, dass ich jeden von ihnen sein muss. Sie sind auf mich zu eliminieren, die beiden. Die wichtigste Sache ist, unsere Hände auf den Kommandern und seine drei Lieften. Die anderen tun nichts, aber die entsprechenden Ordnungen. Wenn wir die Hände dann werden sie aufstehen. Ich wusste immer, dass du ein guter Mann bist. Nein. Du kannst mich nicht ändern. 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 Tja, Wisko ist natürlich gut. Petrus. Können mir auch helfen. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Auffassung. ein paar Traor, die in Thorsten behest auf unserem Weg zu der Zelle. Bleib auf Ihren Garten. Bleib hinter, Konstantin. Du bist nicht in der Lage zu kämpfen. Wir müssen auch über die Beispiele, auch in deinem Professor. Und dann müssen wir die Frau Marange retten. Wir müssen uns vor der Garten zu gehen. Attacke. noch zwei Fähigkeitspunkte. Ding. Das war nicht richtig. Das war nicht richtig. Das war auch nicht richtig. Oh Mann, dann ran wir halt einmal hier um den Tisch rum. Hä? Wo ist denn hier noch eine Tür? Toll. So confused. Hier ist noch eine Tür. Toll. Wo ist die Tür hin? Ich bin nicht bereit. connections mir. Hier bin ich. Ich werde. Ich bin. Ich bin. Ich bin einig. Papa Papa Boah ich bin richtig schlecht da. Ich bin gar nicht so schlecht dieses Schwert. Jetzt ist die Wund auch besser. Wo ist das hier? Arbeiter. Äh runter. Hier runter, ne? Ne, doch. Ah. Wir sind hier. Will, Konstantin, jemand, der mir lebt, der mir ist, und die Stadt nicht überlebt werden würde. Du hast so einen Weg mit Worten. Sehr gut. Ich versuchte, hier zu bleiben. Auf Wiedersehen. Dann gehen wir. Und Kussin? Schau dir auf dich. Du bist mir lebt. Du bist hier sicher. Danke, mein Freund. Ich werde nie vergessen, was du hast. Der Keller ist wirklich ein tolles Versteck, wenn hier schon die Wachen stehen. Das ist ja mal dumm. Aber natürlich auch noch einen vergessen, weil ich dachte, den finde ich im Keller. Herr Kuhn, der Kuhn-Guard will kontrollieren, indem sie alle ihre Gewernern nehmen. Der Kuhn-Guard ist überall. Sie können zufrieden. Wir werden alles in unserer Macht machen, um sie zu retten. Komm jetzt. Wir nehmen dich irgendwo sicher. Ich folge dir. Ich was. Wo ist die Tür? Vielleicht ein leises Urteil, wenn ich hier hier in der McCutze. Zu meiner Hilfe! Ja! Puh! Ja! Ja! der putzt halt schon Sie sind hier sicher Sie haben meine allgemeine Gratitude, Excellency Sie haben Sie unsere Leben Sie wissen, dass Frau Morange auch in der Reihe von Menschen, die sie verabschieden sind In diesem Fall, wir sollten sie einmal finden Sie ist sehr nahe der Paläste Und Sie müssen eine Möglichkeit finden, um die restlichen Regeln zu warnen Wir treffen uns mit den Messagen an der Nord- und Ost-Gate auf unserer Weg, damit sie sofort für Hikmet und San Mateus entfernen können. Ich bin sehr dankbar für dich, mein Kind. Wenn es nicht für dich war, dann könnte unser Arbeit auf dieser Isle verloren werden. Torsten hat keinen Freude. Ich hatte keine Wahl, aber ihn zu stoppen.